was geht leute herzlich willkommen auf meinen letzten video im jahr 2021 leute ich wünsche allen einen guten rutsch ins neues jahr leute ich danke an jeden der mich support hat danke an meine familie danke an meine freunde meine community und die leute die mich gerettet haben und gehostet haben vielen vielen dank ohne euch hatte ich hätte ich mein ziel nicht erreicht erste kleinste ziel oder wie gesagt besser gesagt ich hätte auch nicht mein community ist so reich vielen dank an jeden der support hat ich habe ein 200 abonnieren geknackt ich habe 50 verlauf durch geknackt das waren meine erste kleinste ziel für dieses jahr und die sind die sind einfach erfüllung ich hoffe ihr habt wünsche ich hoffe ihr habt ziele in 2022 und ich hoffe ihr wird es schaffen leute es ist ein harter weg natürlich ein influenza zu werden aber ihr müsst es einfach kämpfen und kämpfen ja ich würde auf jeden fall weiter kämpfen und weiter durchziehen es richtig nachrichten ist so für die leute gut ist ich werde nicht mehr hier auf youtube aktiv sein also streams in 2022 ein letzter abo zocken stream geben für immer sonst bin ich nur auf twitch live leute erste linke beschreiben wie findest du mein twitch kann auch immer so freuen würden vor oder das kurs ein eben davon oder lässt ähm genau das ist jetzt die schlechte nachricht wie die leute die kein twitch haben und die gute nachricht die für leute die twitch haben dort werde ich alle zocken ich werde neue games zocken die ich noch nie gespielt habe ich werde auf jeden fall wird weiter vorne zocken natürlich ich würde andere spiele ich wird horror games story games wenn neue kommen bis ich meine zocken alle spiele hier werde ich videos machen ich möchte meinen kanal nie tot äh sehen oder lassen wird auf jeden fall selben videos hochladen und falls live events hier in vorn geben oder in anderen spiele stream ich kann hier auf youtube weil das speichert sich dann für immer wie gesagt ich hoffe ihr habt ziele 2022 ich hoffe die gehen in erfüllung oder wünsche ich hoffe Prozent hier seid gesund ja ich hoffe ihr habt dann spaß ich hoffe wieso wie soll wie soll wie wie sagt man das ich wünsche euch genau ich wünsche euch viel glück ins neues jahr oder rutscht gut genau mein jahr 2021 war für mich davor rechte ich mein kanal wachst jetzt ich habe ein ziel erreicht aber bei beiden plattformen ich habe ich habe eine community die vielen dank leute wie solche wie soll ich euch bedanken leute ich danke einigen der hinter mir stande und inshallah sehen wir uns üben waren beim großen streamern auch oder ich sehe ich mich auch dort Prozent genau meine nächste wunsch oder Ziel ist dass ich in großen community ab das bleibt ein großes Ziel für mich immer ziel für 2022 habe ich kein aber würde ich dann bald kündigen leute wie gesagt ich habe ihr habt ein angenehmes jahr gehabt um war bei mir ein bisschen schwierig bin wie gesagt harte weg gegangen Prozent anfang des hartes weg aber es ist halt man so ne ich danke ihnen der da war Kuss gehen raus bis zum nächsten Video oder bis zum nächsten mal schieben euer anders TV Heide ich habe euch alle lieb Leute Kuss